In einer digitalisierten, automatisierten Zukunft kann man sich nicht durch Technologie unterscheiden. Das ist eine Commodity, ein Allgemeingut. Es ist eigentlich der Faktor Mensch, der wichtig ist. Ein Digital Leader muss den Faktor Mensch viel, viel höher gewichten. Ich glaube, das ist das Wertvolle, was man eben nicht automatisieren kann.